hallo liebes kinopublikum an dieser stelle hätte eigentlich das känguru höchstpersönlich ein grußwort zum kinostart der känguruverschwörung verlesen sollen aber es hätte sich nur durch sehr viel geld dazu animieren lassen kleiner wortwitz das ist ja nicht zu ertragen zisch ab du das ja hallo liebe kinozuschauerinnen und zuschauer und zuschauende und alles also alles hallo an alle ja es ist endlich soweit die känguruverschwörung startet weltweit in den lichtspielhäusern dieser welt also in jetzt nicht ganz welt was wäre also deutschland österreich schweiz vielleicht binne lux länder oder sowas goethe institute je nachdem wo wo man da irgendwie also gucken kann wo vielleicht auch eine interessierte gemein ich fasse es nicht stückmann rück ich mache selber hey fans wir sehen uns ab sofort im kino ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017